So, und ich hab keinen Bock mehr auf diese scheiß Nase-Konisier-Kacke, deswegen leckt mich alle mal. Nein, äh, ich hab echt keinen Bock mehr. Zum Glück ist das die letzte Folge jetzt, also nächste Folge wird's wieder, ähm, ganz normal weitergehen. Oh Gott, freu ich mich drauf, Mann. Ich darf endlich wieder spielen, Bluffy hat auch ein super, äh, Dings und, ähm, super. Ähm, werden wir dann alles natürlich, äh, ja. Hinbekommen irgendwie, denke ich mal, das ist ja alles supertoll und so. Voll leise gerade, ne? Passiert gar nichts, keine Musik im Hintergrund, wegen Pause und so. Hm. Und ich weiß auch nicht, was ich da gerade mache, ich glaube, ich guck gerade, was so alles, äh, für Leute in der Nähe sind. Bluffy ist aber der beste Freund auf jeden Fall. Naja. Ähm, njam, njam, njam. Ähm, blablabla, ich hab keine Ahnung, was ich da mache. Ich glaube, ich gucke gerade und suche gerade, wie man da irgendwie in, äh, in die Stadt kommt oder sowas, weiß ich aber gerade nicht genau. Keine Ahnung. Ach so, Mensch. Uh, der fährt ein Auto, cool. Toll. So. Und wie geht's euch? Fährt er toll, ne? Ja. Das ist, hm. Schnarch. Das ist so unfassbar. Das ist so unfassbar spannend. Und, äh, ich weiß gar nicht, was ich da mache und überhaupt. Ähm, kannst du mal weiterspielen? Hallo? Idiot. Gott, so ein Dilettant, der das spielt, ey. Mein Gott. Ich glaube, es wäre voll interessant gewesen, wenn ich die Audiospur noch hätte, aber, naja. Gut. Hm. Na, passiert was? Aha. Toll. Ach ja, sie will eine Fresse einschlagen. Da war ja was. Lassen wir aber nicht, äh, sie aber nicht. Ach, Elternteil werden. Na, immerhin, das ist, sowas ist schon, äh, richtig, dass wir nicht, äh, wenigstens ganz gut. Gut. Bei Sims 3 wäre es jetzt wahrscheinlich, wäre es da wahrscheinlich so gewesen, dass, äh, sie immer noch Elternteil werden wollen würde. Obwohl sie schon zwei Kinder hat. So. Es ist ein bisschen, äh, ein bisschen doof. Ja. Ja, gut, was macht sie wohl eigentlich, die beiden waren Aufgaben, er steht rum und sie, äh, weiß ich gar nicht, wo ist sie überhaupt. Keine Ahnung. Kann ich aus der Ding, so auch nicht sehen, naja. Hm. Toll. Ja, das sind die Quests, die man machen kann oder sollte, keine Ahnung. Ist ja keine Pflicht, also du kannst auch, äh, klarkommen, ohne, dass du diesen Dings benutzt. Ich weiß trotzdem nicht, wo sie gerade steht. Hm. Ganz strange, ganz strange. Ähm. Falls euch, äh, das gefragt habt oder was auch immer, ähm, ich hab übrigens so gut wie jede Folge einzeln aufgenommen. Ich glaube nur das erste Mal, nur die erste Aufnahme habe ich, oder die ersten paar nachsochronier-Folgen, ich glaube die ersten drei oder so, habe ich am Stück, den Rest habe ich alles einzeln aufgenommen. Äh. Weil ich keinen Bock hatte, so lange am Stück. Für das war's nicht, wo gerade die Mutter, ach, die hat, ah, die hat gerade ihr Buch vertickt, verkauft, wie haben wir. Sie kann, keine Ahnung, was macht sie jetzt, bestimmt was essen oder so, ist mir egal. Oder kocht sie? Natürlich nicht kochen, wenn ihr wohl Abendessen servieren. Was überhaupt, äh, das sinnvollste ist, zu servieren, anstatt, ähm, also selbst wenn du, äh, alleine wohnst, brauchst du nicht hüllen, solltest du nicht unbedingt Abendessen servieren, äh, Abendessen essen nur, sondern servieren, weil du halt, naja, du kriegst ja... Genau, er zockt. Oh, da brennt jemand in seinem Spiel, naja. Ja, gut, sie kocht, die machen Ausgaben und... Ich habe keine Ahnung. Mal schauen... Mal schauen... La 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 la, da muss aufs Klo, er ist immer aufs Klo schon? Oder Steоздierung... Oder noch Spaß haben... Kochkanal, Nachrichten, Kinderkanal, Comedykanal... Ich weiß, wer jetzt macht... Achso... an kühlschrank gehen ja kontakte zu anderen kontakte sind nämlich die aspekt im leben eines sims schließlich muss jeder hin und die merkt mal ein kräftige wir haben da wir kommen wenn es erst kommt zu tun wirst wer hat Hunger jahrelang karl will jetzt genau Genau. So sieht's aus bei euch. Sie? Schick ich gerade aufs Klo? Oder so? Oh, natürlich kaputt. Ja, du kannst auch im Stehen essen. Ja, da hab ich gerade geguckt, ob die Hausaufgaben auch fertig sind. Und sie sind es, ja. Ja, das ist ziemlich dämlich, muss ich gerade sagen. Ich hab's nie ins falsche Inventar geschoben. Das ist natürlich schlau, ne? Die Hausaufgaben im Inventar vom Vater zu platzieren und nicht von... ...Dings. Von der... ...Tochter. Warum hast du denn deine Hausaufgaben nicht mit? Ja, mein Vater hat sie. Hm, Inventar. Äh. Oh, oh, oh. Dann auch ganz normal reparieren. Ob ich das noch merke? Wahrscheinlich eher nicht. Jetzt fühlt sie sich unwohl, weil es da unrein ist. Oder so. Muss pieseln, ja. Kannst du ja mal machen. So ein behinderter... ...Gang. Tja. So. Sie klopft Fernsehen. Er repariert, er... ...spielt mit... ...was? What the fuck? What the fucking hell, ey. Er hockt da auf dem Klo mit seinem Spielzeugauto und... Warum steht jetzt der Vater da im Dings? Oh, Conor. Und danach kannst du wegschmeißen. Spielen allein. Schön in giftigen Sonderabfällen. Bisschen spielen. Ein paar Spritzen, ne? Schön. Und sie gönnt sich ein paar Chips, weil sie hat ja nicht so viel Hunger. Kann sie aber einfach mal fressen. Hygiene ist ja auch nicht so wenig. Also ist sie auch relativ gut dabei. Dann... Er schickt sie raus. Natürlich. Ja, es ist super spannend. Ich werde übrigens wahrscheinlich... Ich weiß nicht wie früh, dass ich das cutten werde. Weil ich habe ja wie gesagt am Ende dieser Folge nochmal erzählt, was ich von dem Spiel so halte. Und dementsprechend... Ja, ist die Frage natürlich... Ich werde nicht die Frage... Ich werde dann... Äh, nee, äh, wäre ich dann... Da nicht einfach auf Abschieben. Und... Dann einfach Karten und ich weiß nicht wie viel früher. Ich glaube, das könnte sogar demnächst... ...der Fall sein, dass wir dann sogar nur... ...12 Minuten Video oder so haben. Wobei zu trinken haben wir ja schon. Weil jetzt gehen nämlich alle schon... ...pennen. Huch, Baby machen mit. Äh, nein, danke. Ähm... What the fucking hell, das hängt... Ah... Keine Ahnung, was es war. Soundtechnisch... So. Genau. Dann... Bin ich sogar fertig mit dem Scheiß und... Dann gehe ich ins Optionsmenü und speichere die Scheiße. Jaja. Jetzt sage ich erst mal so... ...ja, das Spiel blablabla. Das, was ich halt in der ersten... ...richtigen Spielfolge und so gesagt habe. Oder in der Baufolge. Weiß ich gerade gar nicht genau. Ähm... Genau. Ich sage schon mal tschüss. Äh... Ich hoffe, wenn mir das Video gefallen hat... ... und die Aufnahme und das Spiel... ... und überhaupt... ... blablablablabla. Ähm... Unten in der Videobeschreibung sind super tolle Links, auf die ihr gerne klicken könnt. Das ist sowas wie Facebook, Twitter, Instagram, da ist sogar Twitch. Vielleicht werde ich da irgendwann mal wieder was machen. Ich muss mal schauen. Äh... Ansonsten auch Mission Random, wo es dann auch äh... ... weiter geht. Hoffentlich bald mit Destiny. Ähm... ... was dann sozusagen eine Froche früher kommt als... ... äh... ... hier auf meinem Channel. Ansonsten Minecraft werden wir wohl noch aufnehmen. Demnächst... Also eine Folge ist schon fertig soweit. Äh... ... äh... Müssen wir noch aufnehmen. ... los sein. Dann könnte ich da auch mal... ... äh... ... dann wird sich das auch lohnen, da was hinzuschreiben. Insofern... Äh... ... ja. Gut. Darf ich sagen, das war Let's Play Sims 4 für diese Aufnahme. Ich hoffe mir, dass es dir gefallen hat. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Tschau sen. Tschau sen.